So, beim letzten Mal hatte ich Ihnen erklärt, dass radikatenlogisches Schließen unentscheidbar ist. Diesmal wollen wir zumindest erfahren, noch nicht im Detail beweisen, aber erfahren, dass es zumindest semi-entscheidbar ist. Was bedeutet das? Sie erinnern sich, Unentscheidbarkeit heißt, es gibt keinen Algorithmus, der nach endlicher Zeit Ihnen sagen kann, ob eine bestimmte Formel eine logische Konsequenz aus einer gegebenen Theorie ist oder nicht. Semi-entscheidbarkeit hier wird bedeuten, dass man aber zumindest, falls die Formel eine logische Konsequenz sein sollte, mit einem Algorithmus nach endlicher Zeit einen Beleg dafür finden kann. Das heißt also, die tatsächlichen Konsequenzen lassen sich berechnen, nur, falls etwas keine Konsequenz ist, dann weiß man nicht, ob das der Fall ist oder ob man einfach nur noch länger warten muss, um die Bestätigung dafür, dass es eine Konsequenz ist, zu erfahren. Die typischen Probleme bei semi-entscheidbarkeit. Aber immerhin. Willkommen also zurück. Mein Name ist Markus Kulsch. Theoretische Informatik und Logik ist das, was wir hier machen in diesem Videokurs der TU Dresden. Also, womit möchten wir beginnen? Ich beginne mal mit einem Menschen, der uns noch häufiger etwas sagen wird in dieser Vorlesung. Hier kommt Gödel. Kurt Gödel, einer der ganz großen Denker des 20. Jahrhunderts. Sicherlich zumindest einer der einflussreichsten unter den Dingen, die er gemacht hat, waren. Es waren gar nicht so sehr viele verschiedene Sachen, die diesen großen Einfluss am Ende bewirkt haben. Aber es hat einiges erschüttert in der Mathematik, ebenso wie in der Philosophie. Und sicherlich unumstrittenermaßen auch ein hervorragender Intellektueller mit einer enormen Kapazität. Ja, Genie ist das Wort, was man früher vielleicht gebraucht hätte. Schon als Kind ungewöhnlich begabt in Mathematik und früh an der Universität dann in die Logik gehend. Und dort in der Logik eben hat er auch seine wesentlichen Beiträge geleistet, für die wir ihn heute noch schätzen. Er hat sich auch sehr philosophisch engagiert, sehr viele philosophische Aspekte diskutiert, auch teilweise versucht, mathematisch zu durchdringen. Das werde ich vielleicht auch noch an einer oder anderen Stelle erwähnen. Aber das, was bleibt von Gödel, ist sicherlich das Mathematische, was er geschaffen hat. Gleichzeitig eine sehr faszinierende Person, sehr komplex, auch jemand, der es nicht einfach hatte im Leben. Also der, der mit viele komplexe Vorstellungen gehegt hat, auch psychische Probleme hatte, schlechte Gesundheit hatte teilweise. Und der stark auf die Hilfe von anderen auch angewiesen war, die ihn da unterstützt haben und es ihm möglich gemacht haben, diese Dinge dann tatsächlich zu entwickeln. Ja, auch zum Beispiel sein enger Freund Albert Einstein als einer der ganz Wesentlichen, die ihn in seinem späteren Leben da begleitet haben. Kurt Gödel also, gut, wir werden den noch ein paar Mal treffen. Hier haben Sie ihn schon mal gesehen und ich erzähle Ihnen erstmal noch ein bisschen mehr über Logik und dann vielleicht andermal mehr über Gödel. Was war unser Zwischenstand? Wir hatten bisher zwei Dinge erkannt. Zum einen, Prädikatenlogik ist sehr ausdrucksstark. Mit ihr können wir zum Beispiel das mathematische Konzept der Gleichheit axiomatisieren oder ein Problem über formale Sprachen beschreiben. Wir haben das Schnittproblem von kontextfreien Grammatiken ja letztlich benutzt, um die Unentscheidbarkeit zu zeigen. Daraus ergibt sich aber auch relativ unmittelbar, dass prädikatenlogisches Schließen unentscheidbar ist. Man kann mit ihr Probleme, mit dieser Logik Probleme definieren, die nicht mehr Algorithmen schlösbar sind. Die Frage ist also, ob Prädikatenlogik sich eventuell tatsächlich als universelle Beschreibungssprache für die Mathematik und auch darüber hinaus eignen könnte, so wie eben seit Leibniz zumindest vielfach über Logik nachgedacht wurde und wie es auch Russell vielleicht noch sich gewünscht hätte. Insofern also, wichtiger Unterton hier, das, was wir bisher gelernt haben, ist eigentlich positiv. Also Unentscheidbarkeit kann man natürlich als ein Problem fassen, aber es sagt uns in erster Linie auch hier, dass es eine sehr starke Sprache ist, mit der wir es zu tun haben. Und das hat natürlich auch Vorteile. Eine Turing-vollständige Programmiersprache ist ja auch schwer zu analysieren. Manche Analyseprobleme können wir da überhaupt nicht algorithmisch lösen, aber trotzdem wünschen wir Turing-Vollständigkeit als ein wichtiges Feature für Programmiersprache. Und so ähnlich ist es ja auch, wenn wir eine universelle Beschreibungssprache wollen, dann ist klar, dass sie unentscheidbar sein wird. Okay. Also vielleicht gar nicht so schlecht. Man könnte darüber nachdenken, das als universelle Sprache zu nutzen. Das ist es, was Kurt Gödel kommentieren kann in verschiedener Art und Weise. Tatsächlich begann er mit einem Satz 1930, der schon mal etwas Wesentliches dazu gezeigt hat und auch bahnbrechend und wegweisend war zu dem Zeitpunkt im Bereich der Logik. Er zeigte nämlich, dass es ein konsistentes Verfahren gibt, das alle Konsequenzen einer prädikatenlogischen Theorie effektiv beweisen kann. Mit anderen Worten, das ist das, von dem ich eingangs sprach, was wir hier erwähnen möchten. Alle wahren Sätze können endlich bewiesen werden. Prädikatenlogisches Schließen ist semientscheidbar. Das schafft er 1930. Andererseits, schon ein Jahr später, folgt sein erster gödelscher Unvollständigkeitssatz, der dann sagt, es gibt kein konsistentes Verfahren, das alle Konsequenzen der Arithmetik, der elementaren Arithmetik wohlgemerkt effektiv beweisen kann. Was so viel heißt, wie das für jedes Verfahren gibt es allgemeingültige Sätze über elementare arithmetische Zusammenhänge gibt, die nicht bewiesen werden können damit. Das heißt, die Wahrheit elementarer arithmetischer Zusammenhänge ist nicht semientscheidbar. Und wenn wir das miteinander vergleichen, dann sehen wir natürlich schon eine gewisse Tendenz bei der Frage, ist Prädikatenlogik eine geeignete Universalsprache? Also hier gibt es offenbar ein Beispiel für etwas, sogar etwas relativ Grundlegendes, elementare Arithmetik, bei dem wir keine semientscheidbarkeit erhoffen können. Das heißt insbesondere auch, dass wir das wohl nicht in Prädikatenlogik darstellen werden können, denn die wäre ja semientscheidbar. Das würde das Problem also vereinfachen, kann nicht sein. Also Grenzen werden hier aufgezeigt. Es gibt auch noch einen zweiten gödelschen Unvollständigkeitssatz, dazu später mehr. Überhaupt wollen wir insbesondere die zwei unteren Punkte später noch ganz genau und viel genauer diskutieren als jetzt. Das soll Ihnen nur mal einen Eindruck geben, wie der Mann Theoreme produziert hat, die grundlegende Erkenntnisse gebracht haben. Für jetzt interessiert uns, wie gesagt, die semientscheidbarkeit und also der erste dieser Sätze. Wie können wir logisch schließen, ist letztlich die grundlegende Frage, die dort steht. Und was Gödel zu diesem Zeitpunkt, ja 1930, da müssen Sie sich vorstellen, das ist also weit vor der Zeit, als elektronische Computer anwendungsnah eingesetzt werden konnten an irgendeiner Stelle oder überhaupt existierten in diesem Sinne, wie wir sie heute kennen. Also Gödel betrachtet das als rein mathematische Aufgabe an dieser Stelle, logisch zu schließen, aber trotzdem sucht er nach konkreten Verfahren. Und das Verfahren, was er hier findet, dieser Algorithmus, würden wir vielleicht heute sagen, basiert auf einer Menge an vorgegebenen Tautologien. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, von denen man schon weiß, dass sie tautologisch sind, dass sie also immer gelten. Und das kann man zum Beispiel direkt bewiesen haben mathematisch, ohne dass man da irgendein festes Verfahren verwendet hat. Oder das sind einfach so offensichtliche Dinge, dass man sie leicht erkennen kann. Und zweitens benutzt er eine Menge von Regeln, mit denen man aus bereits bekannten Tautologien neue ableiten kann. Das ist ganz allgemein eine Art von Verfahren, die seit der Antike bekannt sind. Tja, ich habe ein paar Dinge, von denen ich garantiert weiß, dass sie stimmen und ich habe ein paar allgemeingültige Regeln, mit denen man aus Dingen, die stimmen, noch weitere Dinge, die auch stimmen, ableiten darf. Solche Verfahren gibt es viele, auch in der Mathematik, im modernen Zeitalter, aber natürlich auch, wie gesagt, viele Jahrhunderte davor. Mehr oder weniger formalisiert natürlich, nicht in dem Maße, wie wir es heute tun werden. Das also ist nicht das Neue, was Gödel macht. Was Gödel vielmehr zeigte, war, dass das Verfahren, mit dem er arbeitet, hier, was er konkret betrachtet, die Semantik der Prädikatendogik genau einfängt. Das Verfahren ist nämlich einerseits korrekt, das heißt, es leitet nur echte Tautologien ab. Es erzeugt nichts, was falsch, was fehlerhaft ist. Das war bereits bekannt. Und Sie können sich leicht vorstellen, das ist auch relativ einfach, ja. Wenn ich ein bestimmtes Verfahren habe und sicherstellen will, dass es nur korrekte Ergebnisse produziert, muss ich hier nur sicherstellen, dass die Menge von Tautologien, mit der ich beginne, korrekt ist, dass es wirklich Tautologien sind und dass jede Regel tatsächlich aus Tautologien wieder Tautologien erzeugt. Das heißt, dass die Regeln in sich korrekt sind und dass da nichts Falsches abgeleitet wird. Das ist, wie gesagt, nicht so schwer. Man kann leicht Regeln finden, die wahre Dinge produzieren. Die Herausforderung ist natürlich, alle wahren Dinge zu produzieren. Wann sind meine Regeln gut genug? Wann habe ich genügend Regeln, um alle Dinge, die ableitbar sein sollten, auch wirklich abzuleiten? Und das ist der Durchbruch, der Kurt Gödel gelingt. Er zeigt, dass das Verfahren auch vollständig ist. Und deshalb heißt das eben sein Vollständigkeitssatz, weil das der wesentliche Beitrag war. Was bedeutet, dass es jede Tautologie auch irgendwie ableiten kann? Und das ist technisch etwas ganz Neues. Wie zeigt man sowas? Wie schafft man es zu zeigen, dass alles, was möglich ist, auch wirklich umsetzbar ist? Alles, was gilt, alles, was semantisch gilt, aufgrund der mathematischen Definition der Semantik, dass all das auch im Verfahren ableitbar ist? Und wie gesagt, wir denken an eine Zeit, als das Verfahren noch relativ vage als Begriff war und man noch längst nicht die Methoden hatte, die wir heute haben, um Algorithmen zu analysieren, mit denen man vielleicht sowas machen kann. Okay, also das ist ein früher Beitrag zur Logik, aber auch zur Analyse von solchen Verfahren und dem Abgleich mit einer Semantik, mit einem Modell, was man gerne implementieren wollte. Damit hat Gödel natürlich die Semi-Entscheidbarkeit des logischen Schließens gezeigt. Man kann systematisch einfach alle möglichen Ableitungen neuer Tautologien bilden. Man hat so ein Verfahren, das produziert alle Tautologien, also werfen wir es mal an und produzieren Tautologien. Eine Formel ist eine Tautologie genau dann, wenn sie irgendwann abgeleitet wird, denn wir wissen, jede Tautologie muss ableitbar sein. Ist es allerdings keine Tautologie, dann werden wir es auf diese Art nie erfahren. Das Verfahren hat überhaupt keinen Weg, festzustellen, dass etwas keine Tautologie ist, auch wenn es vielleicht in manchen Fällen irgendwie festgestellt werden könnte. Okay, und wir wissen jetzt, da wir logisches Schließen auf das Ermitteln von Tautologien oder das Testen von Tautologien zurückführen kann, können wir auch andere logische Probleme damit lösen. Wir überlegen uns, welche Tautologie uns interessieren würde und dann lassen wir das Verfahren laufen und schauen, ob sie auftaucht. Das ist eine Semi-Entscheidungsprozedur, die valide ist, mathematisch gesehen, aber die natürlich aus Implementierungssicht uns die Hände über den Kopf zusammenschlagen lässt, weil das natürlich nicht praktisch ist. Also ich schreibe ja nicht sehr praktisch, aber es ist überhaupt nicht praktisch. Wenn man wissen will, ob eine gegebene Formel F eine Tautologie ist. Ja, also ich würde wenigstens mir wünschen, dass es ein Verfahren gibt, was in irgendeiner Weise F als Eingabe verwendet, um mir diese Antwort hier zu liefern und nicht einfach nur alles aufzählt und ich dann vergleichen muss, ob das, was aufgezählt wird, vielleicht meine Frage war. Das heißt, man will das besser machen. Aber ja, das ist nicht die Zeit, in der man Algorithmen implementiert. Es geht hier nicht ums Rechnen. Es geht einfach nur darum, die Theorie, die theoretischen Grundlagen zu lehnen. Aber geht es also irgendwie besser? Kann man auch zielgerichteter zum Ziel kommen? An sich wissen wir natürlich, logisches Schließen ist unentscheidbar. Kein Verfahren kann die Frage nach Allgemeingültigkeit sicher beantworten. Das wird also nicht gelingen. Aber trotzdem gibt es effizientere, zielgerichtete Methoden. Und für echte Implementierungen, die dann natürlich erst Jahrzehnte später gefolgt sind, wurden bessere Algorithmen entwickelt. Da hat man dann das Problem nochmal neu gedacht. Und aus Sicht der Informatik sich gefragt, ja, wie würde ich denn das jetzt praktisch lösen? Das ist erst mal nur die mathematische Lösung. Und noch nicht geeignet für Implementierung. Aber von denen ahnte auch Gödel natürlich noch nichts. Wie sehen also solche besseren Algorithmen aus? Na ja, also an sich gibt es da natürlich viele denkbare, viele Möglichkeiten, die man betrachten kann. Eine Reihe von Algorithmen existieren für die Prädikatenlogik. Und ich werde die meisten davon nicht einmal erwähnen. Aber ein besonders klassischer und auch praktisch in der Prädikatenlogik ziemlich erfolgreicher Algorithmus ist die Resolution. Ja, die Resolution und ich müsste vielleicht sagen, die Erweiterungen und Verbesserungen der Resolution, die man in den Jahren danach noch entwickelt hat, nachdem dieser Grundalgorithmus bekannt war. Resolution ist etwas, das haben Sie, wenn Sie die Videos zu formale Sprachen und Automaten verfolgt haben, schon gesehen. Da hatten wir das für Aussagenlogik gemacht und es kennengelernt als einen ziemlich einfachen Algorithmus eigentlich. Dazu gibt es auch ein Video, was Sie sich gerne nochmal anschauen dürfen, wenn Sie mögen. Resolution selbst in der Aussagenlogik war eine Methode zum Test auf Unerfüllbarkeit. Man hat dabei die Formel zunächst umgeformt, sodass sie in der sogenannten Klauselform vorliegt. Also man musste sie erst syntaktisch in gewisser Weise normalisieren. Das tun wir häufig, wenn wir Algorithmen angeben möchten, die irgendetwas ausrechnen, dass wir zunächst die Eingabe normalisieren, also in eine standardisierte Form bringen, damit einfach der Algorithmus nicht so viele Fälle betrachten muss und sich einheitlichere Regeln zurechtlegen kann. Die Klauselform ist einfach eine konjunktive Normalform in Mengenschreibweise. Das heißt, ich habe hier eine Konjunktion aus Disjunktionen und jede Disjunktion darf dann nur noch literale enthalten, also Propositionen und negierte Propositionen. Und mit dieser einfachen Form von Formel, die ich effizient herstellen kann, wenn ich nur die Erfüllbarkeit erhalten möchte, wohlgemerkt nicht unbedingt die genaue logische Bedeutung, aber die Erfüllbarkeit, mit dieser einfachen Form kann man dann auch eine sehr einfache Art von Ableitungen nutzen. Ein Ableitungsschritt in der Resolution war einfach die Kombination von zwei Klauseln. Die eine hat eine Menge Literale und eine Proposition A, noch zusätzlich, und die andere hat die negierte Version davon, nicht A als Literal, und dann noch andere Literale. Ich mache eine andere Anzahl. Wenn ich das antreffe, dann lösche ich A und nicht A und füge den Rest zu einer neuen Klausel zusammen. Das war das ganze Verfahren. Man musste nur einfach das immer wieder tun. Und das Verfahren endet, wenn man dabei entweder die leere Klausel enthält, das heißt, die leere Menge hier irgendwann entsteht. In diesem Fall ist das, was man ursprünglich hatte, unerfüllbar, denn die leere Klausel steht für die leere Dissunktion, und die leere Dissunktion ist falsch. Oder andernfalls, wenn man alles getan hat und keine leere Klausel erzeugen konnte, dann ist notwendigerweise das, was man am Anfang hatte, erfüllbar. Das ist also die Vollständigkeit dieser Aussage. Okay, das war Resolution. Und dieses Verfahren kann man auch in der Prädikatenlogik anwenden. Das überrascht erstmal nicht sonderlich, denn wir haben ja schon gelernt, dass alle Buhl'schen Operatoren in der Prädikatenlogik genauso funktionieren wie in der Aussagenlogik und auch die Gesetze weiterhin gelten. Das bedeutet, das, was diese Regel hier korrekt werden lässt, die Gesetzmäßigkeiten, die man verwendet, um zu zeigen, dass das stimmt, die sind im Prinzip auch in der Prädikatenlogik alle so gültig. Okay, aber dennoch stellt sich heraus, dass in der Prädikatenlogik das Verfahren doch noch um einiges komplizierter ist und ein bisschen angepasst werden muss, damit es wirklich ein vollständiges Verfahren ergibt, was man zum Beleg aller Unaufüllbarkeiten in diesem Fall nutzen darf. Okay. Das ist also die Resolution in der Prädikatenlogik. Im Prinzip ist es ähnlich, was wir machen. Wir müssen zunächst in Klauselform umformen. Und die Klauselform ist auch im Prinzip so etwas, wie wir vorher hatten. Eine Konjunktion von Disjunktion. Dann führen wir die Resolutionsschritte durch, bei der jeweils zwei Klauseln kombiniert werden, wobei negierte und nicht negierte Teile sich gegenseitig auslöschen. Und wenn man am Ende eine leere Klausel findet oder keine Klauseln mehr entstehen, dann terminiert das Verfahren und man kann ablesen, ob es nun erfüllbar oder unerfüllbar war, womit man gestattet ist. Die Komplikationen, die jetzt eintreten, sind auf verschiedenen Ebenen. Ich liste sie mal auf, die wesentlichen Unterschiede. Zunächst einmal müssen wir irgendwie die Quantoren berücksichtigen. Wir haben jetzt Quantoren. Das sind nicht einfach nur Buhlsche Formeln. Und wenn ich etwas in Klauselform umforme, muss ich mir überlegen, was wird mit den Quantoren. Die Klauselform, so wie sie in der Aussagenlogik vorkommen, hat überhaupt keine Quantoren. Und so ähnlich wird es in der Prädikatenlogik auch sein. Da haben wir auch keine Quantoren drin. Und man muss sich natürlich fragen, wie geht denn das? Was soll aus den Quantoren werden? Wie können wir die loswerden an der Stelle? Zweitens, die Resolutionsschritte haben eine etwas kompliziertere Form von Atomen zu berücksichtigen. Denn wir haben ja jetzt Prädikate mit Termen als Parameter. Also das sind ja die Atome jetzt. Und da können auch Variablen drin auftauchen. Und irgendwie müssen wir mit denen umgehen in den Resolutionsschritten. Das ist also ein bisschen was Neues. Und zu guter Letzt, das ist eigentlich keine Komplikation. Das macht nur das Verfahren weniger stark in gewisser Weise, weniger einfach anzuwenden. Denn in der Regel wird es möglich sein, im Allgemeinen, dass man unendlich viele Klauseln ableitet, ohne dabei jemals die leere Klausel zu erzeugen. Das heißt, Terminierung ist nicht mehr garantiert. Das ist das, was wir auch erwartet hatten. Das ist, wenn man nur Semienentscheidbarkeit erhoffen kann, der Deal, den man letztlich eingehen muss. Verfahren kann es geben, aber es wird Fälle geben, in denen sie nicht terminieren. Und wir werden das auch nicht ermitteln können. Das Halteproblem ist genauso unlösbar wie das Problem hier, was wir versuchen. Okay, aber damit kann man vielleicht leben, wenn man im Gegenzug zumindest ein Verfahren erhält, was in vielen Fällen Ergebnisse hervorbringt und vielleicht auch in manchen Fällen in der Lage ist, auch wenn die leere Klausel nicht folgt, zu terminieren. Also auch da gibt es Erweiterungen, auch da gibt es Situationen, die man erkennen kann. Man wird es noch nie in allen Fällen erkennen können. Okay, das also ist der Ausblick im Prinzip auf das, was kommen soll. Wir wollen die Prädikaten logischer Resolution besprechen und sehen, wie man die aus der Aussagenlogischen entwickeln kann. Aber für dieses Video soll es reichen. Beim nächsten Mal beginne ich erst einmal mit einfachen syntaktischen Umformungen. Also wir müssen irgendwie diesen ersten Schritt bewältigen, die Klauselform herstellen und dafür werden wir ein paar Umformungen brauchen, die wir noch nicht kennengelernt haben. Damit fangen wir an und dann arbeiten wir uns so Schritt für Schritt vor. Dann also bis zum nächsten Mal, wenn wir das genauer betrachten wollen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Preis. Das ist laMO constant. Du bist in der FS2.